Hallo zusammen! Ich gebe euch einen Tönen, einen Tönen, einen Tönen, einen Tönen, einen Tönen. Carlo Sainz Jr. hat seinen Frontspoiler verloren. Ericsson! 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 Direkt vor dir! Du bist jetzt 16. Ericsson! 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 2. Ist jetzt 10. Direkt vor dir. Du bist jetzt 11. Das ist die letzte Runde. Nicht anhalten. Ich merke das hin. Hat seinen Front-Spoiler verloren. Werfen wir nun noch einen raschen Blick auf das offizielle Ergebnis.